Guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, es ist zwar schon irgendwie 12 Uhr, aber ich bin jetzt jetzt aufgestanden und das erste was ich jetzt gleich tun werde, ist was essen, um danach meinen Vlog zu schneiden, den von gestern, ich hab den eigentlich gestern Abend geschnitten, hab ihn noch nicht ganz fertig bekommen, muss ihn um 18 Uhr hochgeladen haben, also soll ich das jetzt gleich erstmal tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.